Der Tag der offenen Tür ist für unsere Schule besonders wichtig, zeigt er doch die vielfältigen Möglichkeiten, die ein Kind zur Begabungsförderung vorfindet. Im Schwerpunkt Musik werden unsere Schüler im Chorgesang, Tanz- und Instrumentalunterricht bis hin zur Blasmusik und Schulband ausgebildet. Im neuen Turnsaal macht es den jungen Athleten besonders Spaß, ihre perfekten Choreografien und turnerischen Leistungen zu zeigen.